Kerstin Ott hat nach 30 Jahren endlich mit dem Rauchen aufgehört. Die Schlagersängerin entschied sich im Frühling 2023 für ein rauchfreies Leben. Schon mit nur elf Jahren griff sie zur ersten Zigarette. Mit 15 wurde das Rauchen zum festen Bestandteil ihres Alltags. Bis zu 20 Zigaretten am Tag konsumierte die Musikerin. Besonders beim Songschreiben und in stressigen Situationen rauchte sie viel. Im Gespräch mit der BILD berichtet Kerstin offen über die Schwierigkeiten des Aufhörens. Ich habe seit 30 Jahren geraucht. Es war schwierig, das aufzugeben, betont sie. Mit Nikotinkaugummis und viel Willenskraft sagte sie dem Nikotin den Kampf an. Vor über einem Jahr spürte sie die negativen Auswirkungen des Rauchens. Morgendlicher Husten und der ständige Druck, schnell eine rauchen zu müssen. Auch der Geruch ist nicht toll, fügt sie hinzu. Sie hebt hervor, wie nervig der ständige Stress durch das Rauchen war. Die Interpretin von Hits wie Die Immer Lacht und Regenbogenfarben kämpft täglich gegen alte Gewohnheiten. Es ist nicht so einfach, die gewohnten Abläufe von früher zu ändern, zum Beispiel die Zigarette zum Kaffee, erklärt Kerstin. Doch sie ist fest entschlossen und glaubt jeden Tag aufs Neue an sich. Unterstützung findet sie bei ihrer Ehefrau Carolina, mit der sie seit 2017 verheiratet ist.